Und wo es einen Titel zu verteidigen wird, dann es ist Zeit für Slender Bar. Hallo Leute, und willkommen zur 21. Folge, ich bin der V-Row. Servus. Und, ja, Gloom hat gesagt, er hat Bock auf Fight. Yo, wir gehen jetzt spawnen, oder? Yes. Äh, wo bist du, also in welche Richtung? Komm mal, minus 500 und 500. Okay, ich bin noch weg. Ich bleibe weg. Schade, Bro. Ich sehe Slender sogar eh, naja. Meinst du in der Konsole? Ja, ach. Ja. Kannst so richtig in den Reuters schreiben. Ja. Warte, wo geht's denn eigentlich zum Spawn dann? Da. Ja, wir können ja ein bisschen entgegenkommen. Was ist der überhaupt da am Spawn? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel Gap sein. Imagine, die 2v1 uns jetzt. Ja. Ich hab schon mal Schafler raus. Ich hieß Scheiße. Pass auf, bis auf. Das ist das für eine. Okay. Okay, der war nicht zu warm, oder? Garvel genommen jetzt. Hey, da ist schon Friedhof. Wie klein ist denn der? Ja, die ist nur noch 400. Da ist'n der. Da ist'n der. Ich will nicht. Okay. Will er richtig fighten? Was hat er gesagt? Ja. GG. Ja, ich mach' Countdown. Yes. Warte, er gibt's uns. Du lernst auf Glied? Er gibt's uns einfach die Scheiße. Fight at least, Bro. Ja, okay. Ich erlöse ihn von seinem Leid, oder? Oder willst du was machen? Soll ich? Ja, fight doch. Was ist'n fighten, Mann? Ja, warte. Was hab' ich überhaupt genommen? Ich hab's nicht gesehen. Hier seine Schuhe. Ah, nein. Das sind meine. WTF? Das sind meine. Hier. Ja, das wenigstens Fight haben. Egal. Ja, okay. Wenn du unsere Rüstung einfach drain willst. Ja, pfff. Keine Ahnung. Also Freak-Stuff einfach ist auch dumm. Ja, okay. Passt, passt. I feed you, I feed you. Ja, ist halt. Go. Okay. Ja, ne, ist doch kein Gap. Ja. Na, sein Helm ist kaputt, ja. Okay. Ja, G. Ja, G. Ja, wir. Gut, jetzt haben wir Minus-Helm aber. Wir haben einfach'n Helm jetzt verloren. Gegen dir. Ja, was ging jetzt? Komm, ey. Gewinnt das bitte. Okay. Wie? Weiter. Auf Gloomys Namen. Machen wir auf die Ehre. Warte. Melon Seeds? Holy shit. Was? Ja. Aber wir haben keine Nether-Words. Von daher bringt er nicht. True. Also, Prod 4. Oh shit, Junge. Der ist staked. Ich hab' Schra 5-Dia. Loll. Warte, das war Prod 4? Ja. What? Was hat er für'n Bogen gehabt? Power 4, Alter. Holy shit. Nimm das Prod 2-Buch. Ja, wir stacken uns jetzt. Oh, Junge, ich hab' 64 Bücher. Real Gucci-Cap von Slender. Okay. Block of Prod. Schra 4 hat er noch hier. Aber brauchst du eh nicht. Nee, das können wir verbrennen. Ich hab' Schra 5-4. Schra 4-Unbreaking. Ja, ich kann' Schra 5-Unbreaking nehmen. Verbrennen die Sachen aber. Ja, ja. Bücher können wir auch verbrennen, oder? Äh... Lass mal noch. Ich will anbossen noch. Nix. Ähm... Ja, wir haben schon Port 4-Helm verloren. RIP. Blaze-Rots? Scheiß klar. Haben wir nicht. Ja, ist okay. So, ich verbrenne das. Hier ist noch ein Schra 5-Iron. Das war schon... Ich hab' 6. Passt eigentlich. Ich hab' 6. Okay, ich hab' 10. Er hat ja nicht viel. Er hat auch 4 wahrscheinlich. Warte, sag mal, was hast du für'n Schwert? Äh... Ja, ich hab' Schra 5-Unbreaking 2. Okay, dann verbrennen wir das, oder? Ja. Ein Power 4-Bogen hier noch. Okay. Ja. Warte. Zehn Gaps. Er wusste ich Power 4, oder? Hast du nur einen gehabt? Ich hab... Ich hab... Ein Power 3, ein Power 4. Okay. Äh... Gib mal Power 3, dann. Vielleicht kann ich... Ich hab' Power 3. Ja, ich hab' Power 3. Ach, stimmt, stimmt. Okay. Geh mal kurz. Oder sollen wir nicht, äh, Level 3? Nee, okay. Das dauert. Ja, jetzt korrigiert. Ja. Mal schauen. 10 Level. Ey, warte. Wo ist mein, äh, Unbreaking 2 Eisenschwert? Ist's noch hier dran? Ja. Ich, äh... Ich brauch' noch 3 Level. Also 10 insgesamt. Warte, ich mach's ganz schnell. 3 Level? Welcome back. Ah, noch 2. Kannst was braten, oder so? No. Hat er Eisen braten? Hat er Eisen braten? Eisen braten. Ja, klar. Eisen kann ich braten. Tipp 5. Eisen. Feht. Papp. Mal schauen, wie viel die scheiß Reparatur jetzt kostet. Bin gespannt. Für was nochmal? Für Port 4 Sachen. Okay. Wir haben eh keine DS, gell? Äh... Nee. Ja, 13 Level mit meinen Port 1 Boots. Dann hab ich, äh... Port 4 und... Port 3 halt Spare. Mhm. 13 Level brauch ich. Lass'n der doch. Oder? Oder nee, sonst nicht, oder? Ich weiß nicht, ey. Wir könnten noch Gaps... Also, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wann die nächste... ...Must-Rack genau ist. Aber ich vermute auch mal Sonntag. Sonntag. Dann. Dann lassen wir jetzt Level fahren. Und unsere Stoffe... ...zubrennen. Oh, ich will einen Ofen. Einen Ofen, please. Oh, Enderman auf Ehre. Nice. Warte, hast du noch Gunpowder hier? Komm her. Ja, warte. Lohnt sich, das kann ich auch wegwerfen, eigentlich. Ja, wir können denen was. Ja, schmeiß dich weg, aber. Also, kann... Vielleicht finden wir ja ein Team... ...das hat und dann... ...weißt... Ja, okay, aber Leder kann ich wegwerfen, halt. Wir haben zwei Stacks Bücher. Ich hab nur einen Stacks. Oder nee. Dude. Axt wäre ich weg. Okay, passt. Da war noch ein Envil, ne? Okay, jetzt hab ich auch Power 4. Äh... Ich hab halt... Die Prod 4 Hose und Post ist noch relativ fein. Ja. Aber, äh... Ich wär halt die Ding. Ich wär halt die Schuhe reparieren bei diesem Geil. Fair of Alley. Oh ja. 1. Äh... 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 De Gloomy, der hat einfach der Handstep-Stack. Ja, ist so. Ist das auch nur der Pro 3? Was? Ist das denn dort auch guten Stuff, aber jetzt... ...weißt... ...weißt... ...es gibt die Gilt, oder? Äh... True. Auch. Hier ist... Äh... Die Prod 4 so krasse Damage, oder? Wie ist das denn? Ja, also... Äh... Schuhe sind auf Rot, aber South Attack 13 Level. Ja, das ist easy dann. Aber die Prod 4, äh... Brust und Ding, äh... ... sind noch fein. Okay. Relativ so. Also sind so fast Hälfte. Also über Hälfte. 200 Palen. Ja, dann lass die Folge dann Creeper, Skeletcher und Endermans fahren. Und dann nächste können wir schauen. Wieder Gold oder so. Eat vielleicht auch wahrscheinlich. Hast du, äh... V4 jetzt auch? Ja. Okay. Wie viel Level hast du? Kram, ne. 8. Jetzt 9. Ich hab nochmal 5. Äh... 6. Ich hab 10 Gaps bei, du. Komm mal her und gib mal deine Gaps. Ja, gib mal 2. Ich hab 6. Okay. Hier. Ich hab den Ding. Okay, nice. Okay, ich hab 10 jetzt. Okay, ich hab 10 jetzt. Ja. Ich hab 10. Ich hab 10. Ich hab 10. Ich hab 10. Ja. Komm hoch. Komm hoch. Hätte ich nicht gedacht von Zoomie, der war bei 3. Ja. Ich dachte, der macht jetzt noch Party, eh. Warte, äh... Lass mal ein Ding. Kannst du Öfen machen? Ähm... Weil ich geb dir hier Essen. Mach mal bitte Öfen. Ja, warte. Ja, mach du mal die Dinger. Hol dir dein Level und dann... Ja, ich bau... Ja, ich bau... Ich bau heute mal ein Level. Mach du so eine Dinger. Kannst du's warten. Ich bin noch 5 Minuten. Okay. Ähm... Ich hab keine Cola, du. Ich hab einen Stacks. Okay. 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 Mal hier. Dann hab ich, äh... Pot 3, Spare, Wurz. Das ist schon echt nice. Ja. Ja. Nice. Ich hab... Jetzt die... Na, nicht rein. Hast du einen, Will? Ja, hab ich. Okay, dann mach dir. Ich schlag aber mit meinem Sharp 4. Mach ich auf 2, Sharp 5. Hm. Oh, ich muss hier noch splitten. Oh, shit. Was? Was? Oh, ein Loch gefallen hat. Ein Zombie ist mal. Komm dann back, wo die Öfen sind. Achso, du bist ja... Okay, passt. Ja, ich denke ja. Lass da ein bisschen move'n, falls Borda... Kleiner wird. Das ist eigentlich relativ klar. Obwohl, ja stimmt. Obwohl, ich glaub, die Mitte ist eh so... Ja. Ich glaub, die wird eh nicht mehr klein, aber... trotzdem mal. Ich hab zwei Federn auch nicht. Ich hab einen, vorhin. Ich hab einen SS-Berg. Äh, ich hab einen SS-Berg. Ich hab den SS-Berg. Ja, was ist das? Ich hab schon ein SS-Berg. Äh, ich hab da auch gesehen. Äh, Kampur! Oh, die sind noch viele Chikens, let's go. Let's go, können wir. Ah, ich kill die jetzt einfach so. Ich fache mal so ab, hier ist überall Gras. Hauptsache, du hast die Federn. Kannst du den noch so lang schnell fahren? Oder flim? Ja, okay. Okay, erst mal, wie ist der Essen bei dir? Kritisch oder nicht? Ich hab insgesamt 40. Die Garten ist. Okay, ja, ich hab verschiedene Sorten. Ich hab bei der bei 10 Äpfel jetzt. Warte, ich geb da einen. Ich hab da noch Gold noch gehabt. Ich hab 20 Gold noch. Okay, nice. Warte, ich geb da einen, da haben wir 9. Ich seh das, ich warte nicht mehr. Ja. Könnt ihr? Okay. Okay, also. 4s brauchen wir vielleicht auch noch, ne? 4s? Oder wollen wir die Sachen nicht planen? Hm. Ja, können wir schon noch. What? Oh mein Gott. Junge. Ich fahre so unter mir, ich fahre so unter mir. Okay, immer schon. Hab ich das Endfiguror, ja. Oh, 8 Fehler. Warte, lass doch mal zu unserer Team-Chester, Alter. Und chainen wir hier mit vollem Mittag. Ja, komm. Ist auch true. Können nichts fragen, Mann. Okay. Ja, jetzt. Jo, das war's mit der Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao. 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 egal.